Musik Und wir freuen uns natürlich ganz kräftig die Mannschaft. Übrigens der erste Final-Finalist im Enschte� der Europa League. Wir begrüßen beim grüftigen Boss, den Tuss Eversen! Applaus Der erste Witz aus Eureburg, der Tuss Eversen. Und wir begrüßen als zweite Finalistin, hier in Gastine zum Enschte� der Europa League mit einem kräftigen Boss, JV Räumenbergland! BASTA! 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 Oh, wir begrüßen den geschiebsten des Enschte� der Europa League. Mit einem kräftigen Applaus für Ingo Gördemann! Das sind unsere Finalisten. Das ist die finale Tuss Eversen gegen die JV. Karneberger Landsee. Ich mache die Spielpläge frei und wir können starten! Die JV! BASTA! 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 So, die Politik ist aus, können wir starten, dann will ich ein Schiedsrichter, die Mannschaften, auf geht's! Es ist angerichtet, das Finale! Jussi, lasst den Medien! JLV Freie in der Lande, es geht auf den Sieg in der Europa League. Zehnten, grünte Hannes-Songer-Gapier in Bastille! Puppet Werk mit Räumen der Kirsi-Kleunen! Wir haben jemanden mit einem Körl in der Luft und zu den Körl. Lass das alles vollsehen, auf den Hügel und zu den Körl. Lass diese die Aufgabe auf den Körl. Jäppet Hügel! Ich glaube, wir haben eine größte Körl-Körl. Ja, ich mache das hier. Ja, ich mache das hier. Ja, ich mache das hier. Dann gleich noch das Endspiel um die Champions League und dann der Preis für alle Mannschaften hier in der Halle 1. Die große Siegerung, die wir natürlich gemeinsam liefern und zu der Allemannschaften herzlich eingelaufen sind. Ja, ich mache das hier. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Die vierte Spielquote-Tor für JVK in Bernerland 2 zu 0. Und wir vorschlüsselt die Nummer 10 mit Justin Hertha. Die vierte Spielquote-Tor. Die vierte Spielquote-Tor für JVK in Bernerland 2 zu 0. Die vierte Spielquote-Tor für JVK in Bernerland 2 zu 0. Und wir vorschlüsselt die Nummer 6 aus der letzten Linie Nord, Dine Coppola. Die vierte Spielquote-Tor für JVK in Bernerland 2 zu 0. Und das ist der nächste Treffer 4 zu 0 für JVK in Bernerland 2 zu 0. Die vierte Spielquote-Tor für JVK in Bernerland 2 zu 0. Die vierte Spielquote-Tor für JVK in Bernerland 2 zu 0. Als ich die vierte Spiel im Bernerland 2 zu 0. Die vierte Spielquote-Tor für JVK in Bernerland 2 zu 0. Es ging uns rein, es ging uns vor, es ging uns schnell, es hat Der Apostel Eberson gibt sichtlich auf, Tor für die Mannschaft aus Wilhelmshof. Anschluss werden wir zum Beispiel die zweimal erfolgen, das ist dies noch die Siegmann. Ja, ich hatte recurse nicht als wir hier wieder bauen. . . . Applaus Tor für JLV Hörnberger Land, 5 zu 1, was für ein Ergebnis. Tor durch die Nr. 10, Justin Hertha. Und es läuft die letzte Spieldutte. Tor für die Nr. 10, Justin Hertha. Tor für die Nr. 11. cki Annetti. Ja! 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 Und das war's! Der Finale! Der Junge von Körnerlern sichert sich im Zügelsieg in der Auffallung ein treffiger Applaus für den Sieger von Körnerlern! Das! Da was zumemb кино ist und gleich mit Combiner esses lautlern Kurveκ und wie voir das das øktische Kleistrel passieren nahe. Oder aus dem Zeitraum. Tupen Leinsteigern in der Auffallung! Dann Er respeitete sich im Zütlausen Alton. Dupen Leinsteigern in der Auffallung! Untertitelung des ZDF Sunny N键 Untertitelung des ZDF, 2020